Und damit willkommen zurück zu Shardlight. In der letzten Episode waren wir gerade aus der Quarantänezone ausgebrochen und haben die Kräfte gesammelt, auf das wir das Ministerium angreifen können, um diese Masernproduktion zu starten für einen Doktor. Wir brauchten eine Ablenkung, haben wir gefunden in den Kult, in der Rabenkult. Wir demonstrieren wollen davor, da Reaper hat sich geoutet als Doktor. Und wir haben eine Karte, um unten reinzukommen, und das erzählen wir gleich dann. Stimmt nur drei Stück oder so. Ich hab ja einige Bolzen. Don't mind him, Amy. He doesn't fully understand the importance of this opportunity. You've done well. Soon the aristocracy will be remembered as nothing more than a bad dream. Here. This should be enough to keep you safe. Thanks. Good. Bruce, you'll lead the ambush team. Amy and I will follow her map and enter the tower from below. Once the distraction is in place, I want you to unleash hell. The aristocracy must feel the sting of our blades. Don't worry. We'll have you covered. Good luck to you. I look forward to celebrating our victory. Likewise. Here. According to the map, we should be right underneath the tower. Hmm. I can't see any way to get inside. There has to be. I'll have a look around. Okay, in the minds for what my life is. My trustee, I've got a lot of bolts. A lot of bolts, that is good. It's crudely drawn, but it shows exactly how to get underneath the Ministry of Energy. Also, we've got a metal bolt. We've got a metal bolt. So, we've talked about everything. The Ablenkungen and the way down. And, Denton said we're going to start with it. Bruce was a little bit stressed. But he wanted to take the bolts out of the wall. die wir gekriegt haben, mehr als ich dachte. Und Denton meinte, ja, ist wahrscheinlich nicht ganz klar, wie wichtig das ist, aber wir sollen es nicht so ernst nehmen. Es gibt zwei Teams, einmal Bruce und alle anderen Mitglieder, die eigentlich nicht mehr viele sein sollten, aber scheinbar doch Sinn, die dann ein großes Spektakel veranstalten und wir, die uns halt rein sneaken, Denton und Amy. Und wir sind genau drunter, aber irgendwie ist kein Eingang zu sehen. Es ist nicht so viel, was ich mit dem tun kann. Es ist immer noch auf. Ich glaube, es ist irgendwie mit dem Ministerium verbunden, wo ich mich auch frage, das ist der Zugang. Vielleicht waren es auch Locks gewesen, die dann immer einen oberen Zugang hatten, wo man oben durchstättern konnte. Das kann auch sein. Gehrehen all diese Rubble dauert zu lange. Wir müssen einen Weg in die Tower finden. Und schnell. Genau, alles wegzuschaffen wird zu lange dauern. Wir brauchen einen schnellen Weg. Definitely not. Danger. Do not walk on the tracks. Risk of injury or death. I hardly think that applies anymore. Man sollte mit dem Schienen nicht langlaufen, weil es kann zu Verletzungen und Tod führen. Man meinte, naja, das sollte wahrscheinlich nicht mehr gelten aktuell. Danger. I can't reach it. There has to be a way to get up there. Okay, da ist die Falltür, aber sie kommt nicht ran. So, was haben wir dann alles an Möglichkeiten. Lassen Sie es weg. Dann, heran. Nice work. This should be a good way in. Der Leiter über den Schienen. Bestimmt. Glaube ich nicht, dass ich es funktioniert. Ja. Head up and see where the trap door leads. I'll radio Bruce and make sure everyone is in position. Right. Weil ich glaube, hier am Seitengang, weil hier können die immer was unten sein. So ist kommst du mal. Rejoice, rejoice for the Reaper is near. Ha ha ha. Brothers and sisters, join me in adoration of our Savior. Here now, this is private property. You'll need to take your celebrations somewhere else. But, brother, our mission is to spread the word of the Reaper across the land. Be that as it may, you are not allowed to gather here. Please disperse it once. Ah, you are fortunate. You will soon know the Reaper. How I envy you. What are you... What the... Sounds like some kind of commotion outside. Come on, we better check it out. Inside the belly of the beast at last. Disgusting. We'll have much to change when we come into power. Right. Enough doddling. We need to get moving. Lead the way, Amy. Okay, also draußen, die haben jetzt diese über den Reaper geredet. Die haben gesagt, ja, Frau Lockett und alles mögliche. Und die haben gesagt, ja, ihr könnt es nicht machen. Es ist privat. Es ist ein privates Besitztum. Er stört hier. Bitte macht das woanders. Und von hinten kamen halt schon Lantens Leute, also Bros und so weiter. Und da hat schon der eine Kultist gesagt, ja, ich muss leider sagen, er kommt eher an die Venus zum Reaper. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Und dann ging es los. Die Wachen sind halt auch rausgegangen und als Danten hier rauskam, meinte sie, ja, es sieht schlimmer aus. Wir müssen Delfti was ändern. Wahrscheinlich ist es zu probvoll. Das finde sie nicht gut. So was haben wir... Wir speichern mal, ähm, nochmal in den Tower, obwohl wir, glaube ich, keine Auswahl hatten an irgendwelchen Optionen. Und wir gehen mal... Come on, the elevators are this way. We're getting through that elevator. I suggest you surrender now. Fine. We'll do this the hard way then. Thanks for the help. He was a tough one. Don't mention it. There is nothing I can... There is nothing I can... There is nothing... Brutal. Tja. Aber notwendig müssen schnell vorwärts kommen. I really don't like looking at this. Dr. Aquino said the research was kept on the 36th floor. So that's our next stop. After you. How are you feeling? Just fine. Just fine? You're not scared or worried or anything. I've been scared too much of my life, Amy. So has everyone else. It's why we're in this situation. We could die today, you know. Maybe. But my last moments will be spent ridding the world of tyranny. If anything happens, I have this car I'm fixing. Could you make sure my friend Gordon gets it? Of course. In the event of my passing, return my hat to Bruce. Our mother will need to know. Sure. Is that what you're looking for over there? Yes, but when I saw it at Dr. Aquino's, it was being guarded. Hmm. Something about this doesn't feel right. See what you can find. I'll cover you from here. Okay, also. I feel so interessant, dass die ganzen Wachen nur unten sind. Bzw. Wenn die Albern in den Aufzug alle runter gehen müssen. Und die ganzen Ebenen sind ja doch mit Wachen bestückt. Ich meine nur, weil unten was ist, werden doch die Wachen von oben auch anfangen zu schießen. Das ist doch auch die unten noch total hoffnungslos ausgeliefert. Die haben Bayonette und können schießen. Die stellen sich oben ans Fenster. Schießen unten alles weg. Fertig. Okay. Das war ein ernster Moment im Aufzug, weil wir haben gesagt, ja. Wenn wir sterben, ob sie nicht das mit dem Auto an Gordon weitergeben kann, damit er sich drum kümmert. Genauso hat auch Denton gesagt, wenn sie stirbt, soll der Kopf bitte an Proust gehen. Die Mutter muss es nämlich wissen, dass sie tot ist. Also einfach familiär soll sowas geklärt sein. Auf jeden Fall finden sie es nicht seltsam, was hier ist. Weil letztens waren ja Wachen. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an, meinte Amy. Und Denton meinte, ja. Ich versuche das hier hinten zu sichern. Guck dich um. Fortunatlich, jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu sitzen. Es sieht ziemlich cool. Wir haben hier einen Tisch, der nicht ausbildbar ist. Wir werden nicht rausgucken. Die Fotografie. Ich kann nicht denken, was ich mit dem... Ist das diese Stadt? Die Stadt sieht anders aus, dort. Regierungsdokumente, die wahrscheinlich gerade neue Gesetze erlassen. Ich kann es nicht erreichen. Eine Frau. Das Gesicht ist so detailliert. Ich frage mich, wie lange es dauert, das zu schrauben. Nein! Nein! Was ist das Problem? Es ist nichts hier. Dr. Aquino's Notebook ist weg. Nein. Das kann nicht sein. Es kann nicht nur verschwinden. Tiberius muss es irgendwo anders genommen haben. Wir finden ihn und wir machen ihn uns, wo es ist. Komm schon. Wir haben nur ein paar Flüge lefte, um zu gehen. Es ist leer. Es hat nicht so viel, außer ein Reset-Button. Kein Grund, es zu pressen. Der Elevator funktioniert gut. Alles klar. Los geht's weiter. Genau hinter dir. Es führt also dazu, dass wir Tiberius in seinen Räumlichkeiten treiben. Keine Angst, Amy. Wir sind fast da. Ich kann es nicht erwarten, den Blick auf Tiberius' Gesicht zu sehen. Was war das? Verdammt! Der Elevator stoppt. Sie mussten wissen, wo wir sind. Wir müssen hier rauskommen. Wir sitzen Ducks. Ich versuche, die Tür öffnen. Vielleicht können wir davon weggehen. Ich glaube, hier oben. Nein, die Metallstange. Vielleicht können sie den Aufzug einfach runterfallen lassen. Ah, excellent! Wir können auf den nächsten Flügel und herausfinden, einen Weg zu gehen. Wir müssen da wegziehen. Mehr Bezüglichen? Ich bin da auf der Bord. Was ist Tiberius' Angst? Es geht nicht mehr. Tanton, warte! Stand down, wiggede Skum! Das sind zwei. So, ich glaube, wir sind das mal. Die zerträglich aus. Damn, die Bulte hat gerade ausgelöst. Ich sollte wirklich helfen. Das wird nicht. Das Schnauze zu schießen wird nicht so einen Effekt. Meine Bulte... Ich glaube nicht, dass ich das in die... Es ist eine Art von... Es sieht schwer aus. Ich kann es nicht von... Okay, also der Bulte ist einfach abgetrallt. Und wir können es ja nicht ewig hier machen. Wird es uns irgendwie nicht mehr schaffen. Ich glaube, sie rutscht übrigens immer weiter weg. Kann das sein. Danton, ich bin ein bisschen occupiert, Amy. Ja, einzelner. Ich will nicht riskieren, Danton. Es muss ein besseres Weg sein, die beiden Gäste rauszunehmen. Ach, direkt auf den... Nicht auf den Leuchterschießen, sondern hier oben. Gibt es sein. Dies ist eine gute Schütze, in der Fall war. Nice going, Amy. You'd make your father proud. What a me... Warte, Herr Schütze. Okay, das Gesicht sieht ein bisschen seltsam aus. Ich sehe wenig Blut. Ich hätte besser nicht messen mit ihm. Eine Frau, die eine fancy Hände hat. The plaque at the bottom says, Livia McDowell, 2017 to 2052. So können wir den Aufzug jetzt einfach drufen. Und weiter geht's. Okay, shouldn't be much further now. Are you ready? Just one second. I need to check in with Bruce. Bruce, come in, Bruce. Do you copy? Hmm, there's a lot of dead down there. Hard to tell from up here, but I think they're mostly guards. We need to move. They'll be coming for us. Come on, let's go. What? Who are... Where is Tiberius? And where is he keeping the Green Lung research? You. You're Danton. At your service. I won't ask politely again. Where is Tiberius and where is he keeping the research? He... He's up those stairs. He has the research with him. He was planning on using it as a bargaining chip. But please, have mercy. Tiberius is not well. He... believes things are not as they are. What are you talking about? I took advantage of his weaknesses. I have not been honest with him about my abilities. A fraud psychic. How original. I am not proud of what I have done. Please, I beg of you. Spare my life. I promise to atone for my mistakes. But I implore you. Be gentle with Tiberius. He doesn't understand the truth. This guy's a real piece of work. What do you think, Amy? Should we spare him? Okay, also... es ging jetzt darum mit Tiberius und er war ganz erstaunt hier. Der ja, Weisssager und hat auch gleich gesagt, ja, Tiberius weiß es nicht besser. Der ist halt verwirrt. Der hat die Forschung mit hochgenommen als Verhandlungsobjekt das Bargaining Object, wie das hieß. Bargaining Card. Und das... Ja, hier, der Weisssager hat auch einfach Urteil gezogen daraus, dass halt Tiberius nicht mehr richtig im Kopf ist. und es tut ihm jetzt ein bisschen leid und er will für seine büßen, wir sollen aber bitte ja, nicht töten oder mit Tiberius vorsichtig sein. Ich würde einfach sagen, wie er ja, vorschuldig ist. Ja, er hat viele Jahre beobachtet Tiberius. Er könnte uns ein bisschen nutzt. Sehr gut. Geh jetzt. Wir sprechen später. Danke. Komm, wir sind fast fertig. Wenn der Aufzug ausgeschaltet ist, kommt keiner mehr hoch. Es gibt kein Notsystem scheinbar. Do not fret. We aren't in any danger. The rebels will be defeated. Soon things will go back to exactly as they were. It will be as long as none of this ever happened. I love you too, son. Tiberius, your time is nearly over. Ah, you must be the elusive Danton. And Miss Weller, you're still alive. No thanks to you. Esteemed guests, how lovely of you to break into my home. What is it you want? We're putting an end to your reign, Tiberius. This all ends right here, right now. How cute of you. Do you think you can waltz in here and fix this city's problem simply by killing me? It's a start. Do you really think the aristocracy will end with me, that it cannot function on its own? A government has no strength without its head. I'm taking over. Oh? And how do you intend to do that? By becoming you. What? I will wear your mask and clothes. I will become the new Tiberius. Then I will bring down the aristocracy from the inside. How delightfully idealistic! Tell me, how much blood will stain your hands in pursuit of this goal? Less than yours. And if you do manage to bring about this change you so desire, how will you handle the plague, or outside forces who wish to attack? Green lung won't be a problem for much longer. We know you've got the research to mass produce a cure. Your old friend Dr. Aquino will see to that. He lives as well? Yes, he's the reaper. Of course. It makes perfect sense! I think this little charade has gone on long enough. I couldn't agree more. No! Watch where you- My boy. My sweet, wonderful boy. How could you? You detestable hag! Do you realize what you've done? Oh, my beautiful boy. My only son. That thing is your son? Hold your tongue, or I will feed it to the ravens, Willard. So that's what the soothsayer meant when he said, Oh, God. Do you see, Tiberius? This is the real world. Your family is dead. The city is a mess. Your delusions hurt everyone around you. Amy, this is up to you. Set your sights on his heart. Go ahead, Amy. Finish him off. Put the pathetic creature out of his misery so we can rebuild. Miss Willard, you cannot let her be in charge of a new government. She will ruin more than she will build. If you spare me, I will make sure that you and those you hold dear are taken care of. You'll want for nothing. Order must be maintained, but we can make things better. Slowly, peacefully. Don't listen to any more of his lies, Amy. Only a flood can fix a drought. Also, als er fragte, wie sie denn gedenkt, das mit dem Ganzen umzugehen der Regierung, dass sie halt einfach der Berius wird, indem halt sie die Maske aufsetzt, was ja gar nicht so doof ist. Er meinte aber, ja, sie wird trotzdem viel Blut an den Händen kleben haben, aber weniger als er, war die Antwort von Dempten. Dann hat er gefragt, wie sie denn umzugehen weiß mit dieser Plage, wo wir gesagt haben, es gibt ein Heilmittel gegen diese grüne Lunge, und mit Kräften von außen. Und das haben wir ja schon mal gehört. Er hat Angst davor, dass Kräfte von außen die Stadt angreifen, deswegen will er sie künstlich schwach halten. Und das ist ja genau seine Einstellung, die ihn halt auch so psychologisch auszeichnet irgendwie, im negativen Sinne. Und als es jetzt dazu kommt, dass Dempten stolpert und dieses Glasgefäß mit seinem Sohn als Embryo oder vielleicht auch eventuell, muss man auch sagen, vielleicht ist er mutiert, deformiert, hindert, keine Ahnung, wird er total rüber und sagt, ja, das kann nicht sein und so weiter. Dempten meint, ja, das ist die Realität, komm damit klar. Dempten meint doch ja, es liegt an uns, wie wir uns entscheiden. Übrigens, hier hinten ist das Gemälde, was wir auch gesehen haben, mit der jungen Dame, hübsche junge Dame. Wir können jetzt Tiberius erschießen, dann kommt Dempten an die Macht. Sie kann hart sein, aber vielleicht schafft sie es. Tiberius hat gemeint, wenn wir ihn verschonen und dafür sie umbringen, will er, soll jeder, der uns geholfen hat, ja, seine Belohnung erhalten und denen soll es gut gehen und langsam soll der Frieden aufgebaut werden. Wenn man glauben kann, doch wir können beide erschießen und machen es dann selber. Die Frage ist, ja, was tun wir? Wir haben also drei mögliche Enden und ich würde sagen, für das Erste, wir vertrauen mal Dempten und erschießen Tiberius. Das ist gut, Mensch. Dieser Lebensatz war nicht gut. Du musst sein, Dr. Aquino. Amy told me all about you. Und du musst sein, Danton. Ich sage, ich bin froh, dass du in Miss Wellerts' place bist. Ist sie okay? Oh, sie ist okay. Ich habe nur, dass es mehr so gut ist, dass ihr recherchiert wird, selbstverständlich. After all, wir werden zusammenarbeiten, um diese Zürich zu produzieren. Ich hoffe, dass es noch Menschen leften zu werden, wenn alles ist gesagt und getan. Mehr Menschen leben, dankz zu mir, als würde ich, unter der Aristokratie leben. Oh, ich glaube, du bringst dich zu this city. Ich frage deine Methoden. Die Grass immer fragt die bouldere, die schnell schnell über die Hillen rollen. Aber schnell genug, wir sehen, wie wir werden. Ja, ich sehe, Blood ist ein Phänomenal Fertilizer. Ich bin sicher, wir werden sehen, viel mehr davon. Vielleicht so, aber in der Ende, wir werden frei von der Aristokratie. Ich glaube, das ist das mittlere Ende. November 9th, 21 Jahre since the bombs fell. Danton stuck Tiberius' head over the entrance of the Ministry of Medicine. People waiting in line for their cures were both amazed and terrified. Her revolution against the other ministries had many recruits, who quickly went to their deaths. Sometimes I wonder if all this bloodshed was worth it. I've lost more friends and loved ones in the past year than I can count. But at the same time, they met their ends with pride. They died with dignity. I suppose in this dusty, dying place, that's all you can really ask for. Wir haben das Ende Chaos. Ich bin eigentlich sehr froh. The light shines on. Also kurz zusammengefasst. Danton hat dieses Mittel übergeben. Ich glaube, ich spreche das mal ab. Okay, ich rede mal weiter. Der Doktor ist noch nicht so begeistert, weil er nicht weiß, ob noch genug Menschen am Ende leben werden, die wirklich dieses Mittel bekommen können. Und sie so, nee, nee, es werden noch genug leben. Dein Einsatz war im Gespräch mit Amy, nachdem Tiberius tot war, sehr schlimm. Nämlich, ich werde untersuchen, wer für uns ist und wer gegen uns ist und werde es beheben. Sie wird also viele umbringen. Und das kam hier auch raus am Ende. 21 Jahre, der Bombenfall hat sie es übernommen. Jeder kriegt die Secure. Auf ihrer Seite ist Tiberius Kopf ist aufgespießt. Und sie kämpfen gegen andere Ministerien. Und Amy meinte auch, sie hat viele Freunde jetzt verloren. Letzten Jahr. Was natürlich dafür spricht erstmal der ganze Weg bis dato und dieser ganze Krieg, der jetzt geführt wurde. Ob es das wert war, weiß ich nicht. So, kann ich das irgendwie abbrechen? Schade. Dann gucke ich mal ganz schnell nach. Okay. Okay, das war einfach, wir haben das Spiel abgeschlossen, war das Achievement für. Sehr gut. Sehr gut. Was wir damit erreicht haben, ist sozusagen, wir haben das ganze Land in Chaos gestürzt. So, was ja eigentlich nur ein Großteil der Stadt und des Umlands ist, weil die anderen Länder sollen ja Krieg führen angeblich oder bösartig sein dem Gegenüber. Man weiß also gar nicht, was mit der Welt ansonsten passiert ist. Muss man fairerweise sagen. Es ist natürlich immer nur so, dass Augenmerken auf so ein gewissen Bereich gelingt. Okay, man hätte es ahnen können, aber ich dachte, wir ziehen es erstmal mit ihr jetzt durch, weil sie uns geholfen hatte. Ich hatte jetzt doch noch Hoffnung in sie. Wird wahrscheinlich bedeuten, dass das gute Ende ist, dass wir beide umbringen. Ein paar Beta-Tester, wie immer. Extrem solid dafür geschrieben. Ach, sehr schön, mit Raven's Cry. Cupcake. Ich glaube, wir wurden wie gesagt Katze-Cupcake gesucht. Wahrscheinlich auch da die Referenz. Ich hoffe nicht, dass die Katze wirklich abgehauen ist oder gestorben ist. Es gibt bei Menschenspielen auch. Kinder, die gezeugt wurden, Leute, die gestorben sind während der Produktion. Bei großen Firmen ist das natürlich deutlich... Mom and Dad. Both sets. The City of Albany. And you for playing. Zum Glück ist you ganz hinten. Du und Deutsch. Ja, sie weit vorne. Bonus content unlocked in Menü. Hm. Dedicated in alarming memory of Mercedes Escobar. Wie ich schon erzählt hatte. Meistens gibt es ja doch eine lange Entwicklungszeit. Je mehr Leute dabei sind, doch mal ein Todesfall leider. Von Mitgliedern oder Familie. So. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz den Bonus-Content an. Dann würde ich sagen, wir laden nochmal irgendwie. Wo ist der Bonus-Content? Ähm. Bonus-Content. Kloppos? Sputum, ja. Sputum. Look for- Oh, excellent. Excellent. Marvelous. Thank you. I was just excited to use the word Trollop. Trollop! The store is located. Und Amy? Verschiedene Farben getest wurde. Ja, das Rot passt ja am besten. Das Grün ist halt irgendwie so weitläufermäßig. Das Schwarz ist zu dunkel. Das Blau wirkt irgendwie auch so kalt. Das Rot ist schon vollkommen okay. Achso. Warte schon. Äh, vom Wahrsager. Seine Kammer. Zwei Versionen. Okay, viel offener hier. Hier ein bisschen mysteriöser und auch zusammengeräumter. Das ist ganz gut. Opfer der grünen Lunge. Also, aber, Moment, ich dachte immer, grüne Lunge bedeutet in dem Fall einfach nur, dass sie auch, ähm, einfach ausspucken und nicht, dass es wirklich grüne Lunge erscheint. Ich glaube, das ist nicht so gemeint gewesen. Charakter Test. Bruce, Reaper, Barrius. In... Wo ist der da aus, oder? Na, könnte er vielleicht schief sein. Ich glaube, er ist leicht nach rechts geneigt. Fragander Poster. Zestra. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ragnar Poster 2. Guiding our yells. We're better tomorrow. Tiberius. Ich hätte sein Gesicht gerne sehen, wie alt er eigentlich ist. Garmin, Nuzio, Green Lung. Er hat die Impfung bekommen? Er nicht. Remember Plast Day. Ja. Und... Lass dich nicht von irgendwelchen Lügen und Unterstellungen irgendwie beeinflussen. Dann... Sticks Subway. Der Sticks sogar. Also, wo das Wasser war und die ganzen Puppen unter Grund waren. Ach, das war's. Wie schade. Das heißt andersrum, ich werde wahrscheinlich mal ganz schnell, ähm, uns wieder zu der Stelle bringen, wo wir diese Kampfhandlung machen. Und, äh, dann sehen wir mal Alternative Enden. So, dann sind wir genau wieder da, bevor wir uns waren. Und haben jetzt die Option zu wählen. Und diesmal erschießen wir einfach mal Danton. Weil hoffentlich das beste Ende. Wir haben sie zum Schluss. Nein! Nein, das kann nicht sein. Nein, du hast uns alle. Sehr gut, Miss Willard. Jetzt, da ist nur noch eine letzte Ende zu tun. Ich kann nicht, dass Sie diese Untersuchungen auszunehmen können. Allowing sie außerhalb der Kontrollen der Aristokratie ist aus der Frage. Are Sie planen zu entwickeln eine Permanent Cure? Given current events, es würde es nicht so schlimm, nicht zu. In any case, ich bin ein Mann von meinem Wort. You will receive a dose of the cure as soon as it is available, as well as provided a new home with access to clean water and food. All this, of course, in exchange for your silence. You are not to tell anyone about what you have discovered. Settling any public unrest is already going to be a difficult task. Understand that violation of this agreement will have swift and dire consequences. Do I make myself clear? Yes. I hope you know what you're doing, Tiberius. More than you know. Please, leave me now. I have much to do. Edwin, you've never looked better. Julian, I must say I'm surprised to see you. Does this mean, Miss Wellard? She's quite all right. In fact, I would argue she's never been better. She's decided to take up my offer of working as a government mechanic. I see. As part of the deal, I am to offer amnesty to her friends and loved ones. Your old position at the Ministry of Medicine is available, should you choose to return to it. Not if you continue hoarding vaccine. No, those days are past. I'm afraid that unfortunate attempt at an uprising has made me have a change of heart. Your research will be used to mass produce a cure. There are other ways to maintain order. So you want me to work for you again, but you'll produce the cure no matter what? Correct. No. I see. Is that your final word? You've set fire to this country too many times under my watch, Julian. I'm done. There are other cities out there. Other countries. I'll find my place in one of them. Goodbye, Julian. Give my regards to Miss Wellard. November 9th, 21 years since the bombs fell, and we finally have a cure for Greenlung. People were celebrating in the streets for days. I've never seen such a desperate line with so many tears being shed. But Tiberius wasn't lying. Now food, water, and housing are even harder to come by. Despite this, I still hear whispers about glorious Tiberius, who saved us all from Greenlung. My friends and I are taken care of, but everything has changed. We sit down to dinner together and just stare at the food. We don't know what to do with it, how to feel about it. We eat in silence. We try to forget how we earned our place. At night, I pray dad is still proud of me and the choices I made. Oder. Okay, can I just enter a question? Okay, was wir jetzt also gemacht haben ist, Tiberius hat Schutz für alle, die geholfen haben bei dieser Revolution angeboten. Dafür sollen wir aber die Klappe halten über alles, was hier passiert ist. Also nach außen hin ist er immer noch der gütische Herrscher. Und jeder kriegt die Impfung. Dieses Heilmittel wird erstellt. Egal, ob der Doktor jetzt helfen will oder nicht. Es wäre für den Platz frei gewesen. Der Doktor hat aber gemeint, dass es gegen seine Prinzipien, weil Tiberius halt so viel Unglück gebracht hatte. Und deswegen sucht er andere Länder auf, andere Städte. Was ich ja schon gesagt habe, es gibt ja noch andere Plätze. Warum gehen die nicht irgendwo anders hin und mit uns will? Und ja, Tiberius hat sein Wort gehalten und hat allen halt eine Zukunft geboten, die jetzt geholfen haben. Und der Impfstoff wurde entwickelt, die Heilung. Und in den Straßen heißt es schon, dass der glorreiche Tiberius sie alle gerettet hat. Es ist also, er ist jetzt nicht nur dieser Herrscher, der davor mit harter Hand geherrscht hatte, sondern jetzt wird er auch vom Volk noch mehr geliebt als zuvor. Er kann natürlich jetzt alles machen, was er möchte. Weswegen sich Amy und alle anderen Freunde, die jetzt geholfen haben, eigentlich schlecht fühlen, weil sie nicht wissen, ob sie es richtig getan haben. Und es fühlt sich einfach falsch an. Es ist also ein Ende, wo wahrscheinlich viele überleben. Aber es ethisch so eine Fragewürdigkeit ist. Weil wir geben ihm mehr Macht, mehr Möglichkeiten, wer weiß, was er als nächstes hatte. Dieser Gedankenwechsel von ihm war seltsam, aber war das Cleverste, was er jetzt machen konnte, um durchzukommen. Und Amy soll halt nichts verraten, weil sonst geht es schlecht. Weiter, für sie und ihre Freunde. Also ist auch so ein Zwang. Gut, das war das... Gute, schlechte Ende, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war das K. ist doch das schlimmere Ende. Und wir sehen uns gleich beim dritten. So, und jetzt befinden wir uns wieder zum dritten Mal in dieser Entscheidung. Und diesmal entscheiden wir uns beide zu erschießen. Ich weiß gar nicht, ob das sie so schnell nachladen kann, aber... Hahaha, das wird nichts verändern. Das ist nichts. Gut, gut, Amy. Du hast die richtige... Wait, was du machst? Saving unser Land. Ich bin sorry, es hat sich zu Ende dieser Weise zu Ende. Für beide von euch. Und Muscular's Mouth. Und so viel mehr. Das war ziemlich der Impressive display. So, was passiert jetzt? At the very least, wir Cure Greenlung. After that, ich habe keine Ahnung. Da sind noch die anderen Aristokrats, die wir mit. Ja. Und die Frage, wer wird die Leute governen. Bitte stop mir auf mich wie das. Ich bin kein Leader. Consider was du in den letzten Wochen geholfen hast. Wie schnell du bist. Und das Stadt braucht jemanden wie du, Amy. Ich werde das. Aber auf eine Art Kondition. Ich möchte dich mit mir regeln. Oh? Sure. Du hast auch in den anderen Ministries. Help me take Tiberius' place und convince die restlichen Aristokrats to form a better government. Introduce a bit of Uncertainty. Hmm. Are you sure das ist das die Leute will wollen? Die Leute wollen ihre Leben zurück. Ich denke, wir können das machen. Interessant. Ich denke, es wird viel Arbeit machen. Aber wir können definitiv ein besseres Zukunft für diese Stadt. Was ist das? Was ist das? Ein Carburetor und Sparkplugs. Designed to fit an older model vehicle. They were just laying around. I-I... Thank you. Don't mention it. Now I think we should part ways for the time being. We both have a lot of work to do. I should have the cure ready in a few days. I'd be honored if you were my first patient. It would be my pleasure. Take care of yourself, Amy. November 9th. 21 years since the bombs fell. Growing up, I thought my biggest headache would be gas leaks and carburetors. Now I worry about national food supplies. Now I worry about national food supplies. Still, it was worth seeing the party in the streets when Gringlung was finally cured. Dr. Aquino is confident our industry will be back in the next five years at this rate. I certainly hope so. Sometimes I miss the old days when I could just fix cars and stop for a chat with my friends. But at least now, when I look out over the market, I can see them all smiling back at me. So, ich habe jetzt nochmal den Abspann weggekürzt, weil den haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Was gibt es zu sagen über das Spiel? Also wir haben jetzt das Ende erlebt, wo sie sich unsicher war, ob sie es richtig getan hat. Denn es fehlte jetzt eine Führung. Sie hat die beiden Anführer, die es zurzeit gibt. Einmal die Astrokratie mit Tiberius. Einer der. Und die Rebellenführerin, die Anführerin ist. Beide erledigt. Und wer steht da jetzt da, der es machen kann? Und der Arzt hat sie angeschaut und meinte, sie können es machen. Sie hat sich so entwickelt in den letzten Wochen und hat so viel geschaffen. Wobei sie meinte, sie glaubt nicht, dass sie es schaffen kann. Sie möchte, dass er auch mithilft, denn er hat ja Verbindungen noch in die ganzen Ministerien. Und dass sie zu zweit die Regierung bilden. Und er hat zugestimmt. Wollte aber erstmal trotzdem dieses Heilmittel erstellen, was so funktioniert hatte. Die Straßen sind gefüllt von freudigen Leuten. Trotzdem ist es jetzt schwierig, eben erstmal Essen auszugeben. Weil natürlich ist immer noch knapp alles. Aber wenigstens lachen die Leute ihr zurück ins Gesicht. Oder lachen mal wieder auf dem Marktplatz, wie sie meinte. Auch wenn es trotzdem schwerer geworden ist, weil keiner weiß, wie es jetzt weitergehen wird. Aber sie sind halt ihr freier Wille jetzt. Vielleicht kann sie ja Kontakt mit anderen Städten mal wieder aufnehmen. Und demnach auch wieder das Ganze etwas entspannter angehen lassen. Damit haben wir drei unterschiedliche Enden gesehen. Wobei das zweite seltsam war, weil ich hätte das eigentlich als schlimmeres Ende angedacht. Wir töten Danton und Tiberius verspricht uns was und bringen es danach um. Das wäre eigentlich das gewesen, was ich erwartet hätte, aber dem war nicht so. Dann das Chaos-Ende ist irgendwie schlimmer geworden, als ich dachte. Es ist genau entgegengesetzt und das war halt jetzt irgendwie doch das beste Ende. Ähm, schönes Spiel. Erstaunlich lang. Also ich hätte gedacht, gerade da es die Watched Eye Games schon ein paar gespielt hatte, dass es eher so nur, ja, lass es mal acht Folgen lang sein. Aber ich glaube, das ist jetzt schon fast die 20 Folgen, muss das reingehen. Also, es wird knapp unter 20 sein. Das ist relativ lang. Ich glaube, Spielzeit habe ich auch eine relativ hohe jetzt bei Steam. Ähm, ich gucke mal kurz nach. Ähm, 11 Stunden. Das würde für knapp ein paar und 20 Folgen passen. Äh, schön gemachtes Spiel. Schade, dass es natürlich nicht in Deutsch ist, wie manche, die übersetzt wurden von denen, aber es ist halt schon ein bisschen spezieller irgendwie. Es hat ja auch einen sehr... Irgendwie so einen relativ negativen Grundton für das ganze Spiel über. Achso, übrigens, natürlich ganz vergessen. Der Doktor hat uns noch Mechanik-Teile gegeben, äh, um unser Auto zu überrennen. Wo auch immer der die jetzt gefunden hat. Und der ist ohne Maske uns gegenüber getreten. Ganz wichtig. Ähm, ich finde es ganz nett mit diesem Reaper-Kult, dass das am Ende dieser Doktor war. Das hat irgendwie sowas Magisches. Aber wie schon jetzt mehrfach erwähnt, irgendwie passt die Situation der Stadt nicht als Isolation zu anderen Städten. Also, man weiß nicht, warum die nicht mal nach außen gegangen sind und nicht andere Städte mal wieder Leute hier reingeschickt haben. Warum die Bevölkerung uns zugelassen hat, so unternärt zu sein und Probleme zu haben, anstatt einfach rauszugehen. Weil ich glaube nicht, dass die ganze Welt untergegangen ist, um ehrlich zu sein. Weil es nur hier um die Bomben ging. Und es ist inzwischen eine kleine Idee mit der Astokratie, aber die scheitert ja sehr schnell sowas dran. Und dieser Widerstand ist halt auch lächerlich. Wenn eigentlich so viele gestorben sind, warum jetzt wieder so viele da sind. Dann hieß es wieder, es sind so wenig gestorben. Da passen ein paar Sachen intern nicht. Also, es gibt so ein paar logische Sachen, die in dem Spiel irgendwie abhandengekommen sind. Trotzdem nicht die Idee mit den Raben, dem Reaper, diesem Kult. Mit ihr als Hauptfigur, die halt, ja, sie denkt zumindest ganz vernünftig, muss man sagen. Das muss man eher gut heißen. Und sie benutzt Werkzeuge öfters. Auch wenn es nur irgendwie wenig Bolzen gibt. Warum auch immer. Und alle in Bolzen bezahlen. Das ganz nett gemacht. Die Rätsel waren okay. Mit diesem M-Rätsel habe ich ein bisschen erst gebraucht, um zu kapieren, was sie genau von mir wollten. Aber dann war es eigentlich relativ klar. War nicht ganz nett, dass man sich über das Bücherlesen herauskriegt. Das ist nicht so mit Gewalt draufgestoßen, sondern schon ein bisschen... Ein bisschen seichter, also nicht seichter, aber man muss ein bisschen mehr sich reindenken. Das finde ich immer ganz nett bei Spielen. Trotzdem gab es jetzt nicht unheimlich viele Interaktionsmöglichkeiten. Das war ja schon begrenzt. Die Grafik liebe ich. Ich mag diese pixelartigen Point-Click-Adventure. Und Watched Eye machen halt auch gute. Auch wenn die Story diesmal halt... Ich will nur überlegen, ob ich sie jetzt wirklich sehr gut oder schon in sich fragwürdig fand. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende ist es doch eher positiv, die Grundstimmung. Ja, bei Rätseln, wie gesagt, das war nicht das Schlimmste. Wir hatten ja auch gerade nicht so viele alternative grafische Rätsel. Wir hatten es mit den Fäden gehabt. Wo wir diese Kombination finden, dass es zum Milden kommt. Wir hatten dieses Kreidetafel. Wir hatten diese Passkombination, die Kombination der Knöpfe im Zug. Und... Ich glaube, es waren die Rätsel, weil der Rest waren nur Interaktionsmöglichkeiten. Gerade mit auch der Aktivkohleherstellung und so weiter. Ja, hat natürlich auch das Schöne wieder, dass es die Reichen gibt, die Armen gibt und die... ...die erkrankt sind und eigentlich schon abgeschrieben sind für alle. Ganz nett. Und jeder hat trotzdem... Keiner ist wirklich böse und hat seine eigenen Ideale. Und warum er das tut, dass sie wieder gut eingefangen wurden. Aber es hat irgendwie so... Da wäre schon immer so eine kleine negative Grundstimmung gehabt, das Spiel. Mein Gefühl zumindest. Trotzdem sehr schön gewesen. Hat Spaß gemacht, das zu spielen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe noch ein paar von Watched Eye Games, die ich in der Bibliothek habe und gar nicht mal spielen wollte. Und ich habe auch jetzt kein Problem, diese Mais so on the fly zu übersetzen. Ich meine, das ist jetzt nicht atemberaubend gut. Die Übersetzung ist ja aber auch nur, dass textuell Leute vielleicht mitkommen, die das nicht sofort verstehen. Und zusammengefasst wird. Da kann ich übrigens auch Gabriel Knight empfehlen. Da habe ich es auch schon gemacht. Was auch sehr witzig war. Dann bis demnächst, euer Landeturm. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ciao. Ciao. Musik